Liebe Lernbegeisterte, die Frage, wie die Schulen in weiter Zukunft aussehen oder auch in naher Zukunft, das liegt an uns, die habe ich schon so oft bekommen. Und wer mein Video Schulen der Zukunft in zwei Schritten nicht kennt, bitte, das ist das Basisvideo zu diesem Video, sonst macht das relativ wenig Sinn, was ich jetzt hier erzähle. Wenn du das nicht kennst, ist direkt der erste Link unter diesem Video, bitte das vorher anschauen. Da geht es darum, da habe ich über 50.000 Kinder befragt im Alter von 6 bis 19 Jahre, wie sie sich Schule wünschen und daraus Übergangsschritte gemacht, die einfach mit allen möglichen Schulsystemen auf der Welt konform gehen im ersten Schritt, im zweiten Schritt schon sehr viel freier werden und es wirklich eine komplett andere Art von Schule kreiert werden kann. Wie das Ganze funktioniert, wie das aussieht, wie gesagt in diesem anderen Video. Und ich sage ganz oft in meinen Vorträgen und deswegen wurde ich darauf angesprochen, dass das Übergangsschritte sind. Und dass ich meine Kinder auch nicht in eine von mir aufgebaute Schule dieser Art schicken würde, weil Lernen eigentlich ganz anders funktioniert von der Basis her. Und jetzt einfach mal meine Vision, wobei ich mir sehr, sehr sicher bin, weil ich einfach, glaube ich, gewisse natürliche Gesetzmäßigkeiten verstanden habe, dass es so kommen muss, zumindest in diese Richtung gehen wird. Also Schulen in der Zukunft. Und zwar werden wir sehr viel dezentraler alles gesteuert haben. Unser Gesundheitswesen ist dezentraler, unsere Lebensmittel werden wieder dezentraler sein, also auch unsere Bildung. Unsere ganze Lebensweise wird sich wieder auf kleinere Kommunen, auf starke Familien stützen. Jetzt wurde alle lange alles zentralisiert, noch mehr Macht bei wenigen Menschen. Das wird wieder genau ins andere gehen, weil wir haben jetzt beide Extreme anscheinend mal durchleben müssen in unserer Menschheitsgeschichte und jetzt finden wir einen neuen Mittelweg. Das heißt, wir werden dezentraler leben und ich nehme jetzt einfach mal so eine Dorfgemeinschaft oder ein kleines Städtchen oder irgendeine Siedlung, wie auch immer. Und dort wird es eine Schule geben. Schule wird es nicht mehr geben als Begriff, glaube ich, weil der einfach zu negativ besetzt ist und verbraucht wurde über die Jahrhunderte. Nennen wir es einen Lernort. Einfach mal als Bild. Und in diesem Lernort gibt es ein paar gravierende Unterschiede. Erstens, jeder Mensch darf dort jederzeit hingehen, er muss dort nicht hingehen. Und das macht schon mal einen Riesenunterschied. Der Mensch möchte lernen, sieht ihr kleine Kinder an, die wollen alles können, wollen alles lernen, wollen bei Papi, Mami mitmachen. Sie wollen es nicht müssen. Und das ist das, was die Schule zum Beispiel umdreht. Und wenn es jetzt dort zum Beispiel in diesem Lernort Glücksunterricht gibt, ja warum soll nicht ein Siebenjähriger neben einem 70-Jährigen sitzen, wenn beide sie der Glücksunterricht interessiert? Oder bei Permakultur. Das heißt, es ist altersunabhängig und man darf hin, man muss nicht hin. Und die Kinder werden allgemein wieder viel mehr leben durch diese Vorbildwirkung der Eltern und der Familie und der Freunde im Umkreis. Das heißt, sie gehen zum Tischler und mit dem Papa und der Mama in den Wald und helfen dem Papa bei irgendwelchen handwerklichen Dingen. Oder sehen einfach am Leben überall vom Landwirt bis zum Elektriker, wie gehen Dinge. Weil wenn das wieder anders aufgebaut ist, wenn wir wieder dann mehr ein Miteinander haben, dann wachsen die Kinder mit diesen Dingen auf, haben den natürlichen Lerndrang nie abgelegt und lernen somit dauerhaft am Leben, im Leben. Das ist das, wie lernen geht. Und jetzt gibt es aber noch Aspekte, wo man sich vielleicht nicht auskennt, wo wir vielleicht in der ganzen Familie niemanden haben, der sich damit auskennt, aber das Kind interessiert sich trotzdem dafür. Bei mir in der Zauberei gab es niemanden in der Familie, der sich mit der Zauberei auskennt. Ich habe auch sonst in meinem Bekanntenkreis niemanden gefunden und ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich irgendwo hingehen kann und zaubern lernen kann. Oder vielleicht will der andere Astronomie oder Astrologie lernen und in der Familie gibt es halt niemanden, weil es halt eher exotischere Dinge sind, wie jetzt ein Landwirt oder ein Elektriker, was man eher schnell findet. Das heißt, dann geht man zu diesem Lernort oder sieht sich online vielleicht an, aha, Montag ist die zwei Stunden das, dann gibt es den ganzen Dienstagnachmittag zu dem Thema und dort wird es ganz andere Kurse geben. Da ist es sowas wie Naturheilkunde, vielleicht Fotoreading, dann gibt es vielleicht Humusaufbau, Glücksunterricht, wer bin ich, was will ich, lerne deinen Körper kennen, gesunde Verdauung, alles andere Schulfächer, als wir das kennen. Weil Lesen, Schreiben, Grundrechnungsarten, was für mich die Basis ist, ich glaube, aus meiner Sicht, dass das über die Eltern gehen wird, wenn sie wieder verstanden haben, wie Lernen funktioniert, dass sie eigentlich die perfekten Lehrer immer schon sind und waren, wenn sie auf ihr Bauchgefühl hören. Dazu habe ich auch schon einige Videos auf YouTube gemacht, könnt ihr euch einfach anschauen, dass der Elternteil immer der perfekte Lehrer ist, speziell für diese Basisdinge. Und jetzt kommt das kleine Kind drauf, hey cool, da am Montag am Nachmittag gibt es Mathematik, habe ich schon noch nie gehört, außer Basis Mathematik gehe ich vielleicht hin. Oder ich gehe in den Glücksunterricht oder was auch immer. Und jetzt ist dort der zweite riesige Unterschied, abgesehen davon, dass alle Altersklassen hin dürfen und jeder darf und nicht muss. Der zweite große Unterschied an diesen Lernorten ist, dort sind weise Menschen, die dort sprechen. Weise heißt nicht, der weiß alles. Ich weiß nicht alles, du weißt nicht alles, niemand weiß alles. Ja, vielleicht einer, aber den habe ich noch nicht zum klassischen Schulunterricht bewegen können. Und jetzt kommst du dorthin und im aktuellen Schulsystem wird sehr viel begrenzt. Das heißt, ich sage dann den Kindern als Lehrer, hey, Mathematik ist so, Physik ist so, Chemie ist so, Biologie ist so. Jetzt stell dir mal vor, man hätte einem Nikola Tesla früher gesagt, du Junge, mit Strom und Frequenzen kennen wir uns aus, da brauchst du gar nicht rumforschen. Das wäre ganz schlecht gewesen. Das sind Begrenzungen, die wir da entschieben. Und dort heißt weise für mich, keine Begrenzungen mehr zu setzen als Lehrer. Wenn wir das überhaupt noch so nennen, Lehrer, ich weiß es gar nicht, aber nennen wir es jetzt mal Lehrer. Die Lehrer sind weise Menschen, sie setzen keine Begrenzungen mehr. Das setzt nicht voraus, dass sie alles wissen, weil das geht gar nicht. Weise heißt für mich, du kommst zu mir wegen, keine Ahnung, wir haben Wildkräuterkunde, hier ist alles grün rund um mich, du kommst zu mir wegen Wildkräuterkunde. Dann sage ich dir nicht, so ist Wildkräuterkunde, so funktionieren die Pflanzen, genauso muss es sein. Sondern, ich freue mich mal, dass du Interesse hast. Das heißt, du hast intrinsische Motivation, was von mir zu lernen. Und es macht so einen Riesenunterschied, ob jemand sagt, hey, du musst das lernen, oder ob jemand zu dir sagt, hey Ricardo, darf ich das bitte von dir lernen? Kannst du mir das bitte zeigen? Das macht schon mal in der Lernweise so einen Riesenunterschied. Und jetzt sage ich dann, wenn du das lernen möchtest, schau mal, das, 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 das sind meine Quellen. Die Bücher habe ich gelesen, das habe ich von meinen Eltern, das habe ich von Freunden, das habe ich in Peru gelernt, das habe ich von dem dort studiert. Das, 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 das sind alles meine Erfahrungen dazu. Das ist rausgekommen. Also ich habe die und die bei meinen Eltern gemacht, ich habe da und da das gemacht. Und das hier sind meine Resultate. Das ist für mich meine Basis, das, für mich das Konklusor ist aus all meinen Erfahrungen und all dem, was ich gelehrt bekommen habe und was ich ausprobiert habe. Wenn das für dich hier im Herzen und in einem Verstand in Resonanz geht, also wenn sich das gut anfällt, wenn du merkst, ja, warte, ich fühle mich da gut mit dem, was der sagt und das macht auch hier Sinn, dann nimm das bitte als Basis, damit du nicht bei Null anfangen musst, weil wir anscheinend eine ähnliche Resonanz dazu haben und bitte entwickle es immer weiter. Nicht hör da auf, weil nichts hört je auf. Wir werden die Mathematik auch noch fünfmal neu erfinden. Schau dir mal, Mathematik-Videos von mir hin, wir sind da noch lange nicht da, wo wir irgendwann mal hinkommen werden. Also nie Begrenzungen setzen. Wenn das nicht mit dir resoniert, naja, dann, keine Ahnung, ich helfe dir zu jemand anderem zu kommen, finde deinen Weg, dann helfe ich dir hauptsächlich deinen Weg zu finden. Es wird nie denn einen Weg geben, wenn Menschen krank sind. Manche gehen zum Homöopathen, manche gehen zum Schulmediziner, manche gehen zum Chirurgen, der nächste geht zum Geistheiler, der andere stellt die Ernährung um, der nächste geht meditieren und setzt sich in den Wald. Und alle Sparten haben bis zu einem gewissen Grad Erfolge. Also wer bin ich denn als Lehrer, dass ich sage, nein, alle müssen meditieren und die Ernährung umstellen. Wenn das nicht mit dir resoniert, wird es bei dir nicht langfristig zu Erfolgen führen. Das heißt, es muss immer mal mit dir resonieren. Es muss mit dir in Resonanz gehen. Und bei mir resoniert, wenn es mir schlecht geht zum Beispiel, Ruhe, Ernährung aufpassen, umstellen, in den Wald gehen, psychisch aufarbeiten. Mit mir resoniert nicht irgendwelche Pillen schlucken. Oder jetzt zu vielen Ärzten zu laufen. Für manche resoniert das, weil sie da Hilfe benötigen. Und somit darf ich nicht sagen, dann, hey, wenn ich jetzt Naturheilkunde mache, hey, so muss es sein. Und wer nicht Naturheilkunde macht, der kann nicht gesund werden. Das stimmt einfach nicht. Jeder darf seinen Weg gehen. Und Weise heißt eben genau das. Ich gebe meine Erfahrungen. Wenn das mit dir resoniert, nehme es als Basis. Entwickele es bitte immer weiter. Gehe immer weiter daraus. Das ist Evolution. So wie meine Eltern Dinge begonnen haben, wir entwickeln diese weiter, weil sie mit uns gerade resonieren. Wenn sie nicht mit uns resonieren, dann gehe ich einen anderen Weg. Ist vollkommen in Ordnung. Das heißt für mich dort weise Menschen. Also, das werden meiner Meinung nach die Schulen bzw. Lernorte der Zukunft sein. Es liegt an uns, ob wir die schon dieses Jahr anfangen so zu gestalten. Das ist eine Bewusstseinsfrage. Oder ob das noch ein Jahr, zehn Jahre oder 50 Jahre dauert. Es sind Übergangsschritte. So wie das Video Schulen der Zukunft in zwei Schritten. Aber am Schluss, ich bin mir sehr, sehr sicher, werden wir genau bei dieser Vision landen. Vielleicht in ein paar Details ein bisschen anders. Und in jedem Ort ein bisschen anders. Das soll ja die Vielfalt sein. Wir sind individuelle Wesen. Es wird immer ein bisschen anders sein. Das ist gut so. Aber ich glaube, wir werden verdammt in diese Richtung gehen. Sehr, sehr sicher. Und ich freue mich auf diese Zukunft. Ich freue mich auf jeden, der diese mitgestaltet. Wir meckern immer über das aktuelle Schulsystem. Aber es muss uns klar sein, wir haben das miterschaffen. Wir sind schöpferische Wesen. Wir sind Erschaffer. Wer das Alte erschaffen kann, kann auch das Neue erschaffen. In diesem Sinne, alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video.